Herzlich Willkommen zurück zu Overcooked. Drei? Scheiße. Nee, wir müssen das noch machen, ja. Das müssen wir noch? Oh Gott. Und dann kommt's auf ein anderes Gebiet, oder? Oh Gott. Ach du Scheiße, mit... Mit drei? Ja, wahrscheinlich wechseln die. Der eine wechselt dann auf den anderen. Ach du Scheiße. Wir werden so ver... Aber wir können noch nicht mal... Warte mal, einer muss auf jeden Fall oben drin bleiben, weil da wird... Nee, unten wird geko... Oh Gott, nee. Das wird das totale Desaster. Wir müssen alles, was gehackt ist, nach oben bringen, aber das hacken kannst du, glaube ich, nur auf dem... Nee, das ist eine Fritteuse unten rechts. Das ist ein Fritteusen. Und links, weiß ich nicht, Suppenteller. Sollen wir verschiedene Sachen machen, oder was? Und oben kannst du die Sachen nur raus, oh Gott. Pass auf, einer bleibt aber immer oben drin. Aber oben sind die Sachen, die du rausnehmen musst, ne? Ja, deswegen sag ich ja. Oder wir machen's so, einer bleibt rechts, einer bleibt links, und da müssen wir halt unterschiedlich immer die Sachen rausholen, die wir brauchen. Oh Gott. Ich weiß ja gar nicht, wo wir sind, wenn wir sowieso... Ja, wir sind beide oben. Ja, erstmal. Aber danach sind wir dann ja an dem anderen. Warte mal, Fischkartoffel. Ach so. Oh, da. Ja. Ich lege dir die mal da rein. Hast du den Fisch schon reingemacht? Äh, na, ich bin oben. Ach so. Warte mal, hier kann ich auch machen. Pass auf. Fischkartoffeln. Lege ich beides hier rein? Oh, geh da rein, Mann. Mann. Ach so, ich kann den nur frittieren. Oh, nein. Oh, was ist das für ne Scheiße? Ach so. Ja, aber wofür habe ich hier diese blöden Kochtöpfe? Ach so, dafür. Oh Gott. Ich habe hier fertigen Fisch und fertige, äh, Dings. Die versuche ich dir gleich oben reinzutun, ja? Was müssen wir machen? Ich brauche drei Champignons. Oh Gott. Hä? Ich kann den Fisch nicht verziehen. Ach so, der ist schon. Champignons. Nimm das, Mann. Okay, ich habe drei. Hier sind noch mal fertige, äh, ein fertiger Fisch und fertige Pommes kommen jetzt zu dir. Ach so. Ihr bräuchte doch nicht. Ja, ist aber jetzt da, habe ich ja eben gemacht. Ich brauche einen Teller. Ach so, ein Teller ist hier. Oh Gott, ey. Das macht mich nervös. Das finde ich nicht gut. Tomaten brauche ich. Ich kann auch, ich habe keine Kartoffeln mehr. Ich kann gerade nichts machen. Ich baue nur Kartoffeln. Ja, die musst du gleich nehmen. Ja, ja. Eine Sache habe ich fertig, aber Tomaten musst du abliefern dann, ne? Nur, nur Suppen. Nein, nein! Oh, verdammt. Okay, ich darf nur drei Sachen holen. Ansonsten ist das totales Chaos hier. Pass auf, du hast hier fertige Pommes. Kann ich nicht, ist nicht fertig. Ach so, die muss kritisiert werden. Entschuldigung. Mann, mach das jetzt da weg. Ich muss da oben wieder rein. Ja, toll. Okay, die Tomaten kannst du vergessen. Mach noch mal einmal trotzdem Tomaten. Ach, mach die doch mal da rein, Mann. Ich weiß schon gar nicht, wo es piepst. Piepst du jetzt bei dir oder bei mir? Ja. Ach, Mann, stell dich doch mal vernünftig davor. Warum muss ich mich hier mal... Das ist richtig kacke, dass der das nicht annimmt, wenn du so davor stehst. Ich habe bald keinen Teller mehr. Wo kriegen wir die Teller her? Habe ich hier hinten bei mir, habe ich... Nein, ich hätte ein Champignon genommen. Warum wirfst du das hier? Oh nein, ich muss die Tomaten... Ach, komm schon. Nein, ich habe... Ja, das war's. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Toll, ich bin jetzt auch bei dir. Ist nicht schlimm, du kannst eben kurz... Ach, Mann. Ich will nicht diesen Scheiß-Fisch nehmen, Mann. Ich brauche die Tomaten. Was will ich mit den Champignons? Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Ja, geil. Ja, geil. Ich bin nur runtergefallen, bitte. Ja, ich habe nicht genug Tomaten. Ich habe hier keinen Platz gehabt. Was muss ich machen? Ich weiß nicht mehr, was ich machen muss. Ich habe auch keinen Teller, wie gesagt. Teller hätte ich. Teller ist auf der anderen Ding drauf, Tuch. Oh, komm schon. Aber man kann auch nichts wegwerfen. Auch da oben kann man es wegwerfen. Aber wir sind edel. Ich habe auch keine Teller mehr gehabt und nichts. Ey, das war so mies. Aber so knapp vom Stern im Endeffekt. Oh, komm schon, ey. Das verbietet mir jetzt die Ehre, ne? Mhm. Aber wir müssen gucken, wir dürfen höchstens, wenn wir schnell sind, drei Sachen holen. Das Problem ist, dass dieser Mist das meistens nicht annimmt. Dann nimmt er irgendwas daneben an. Ich stehe vor den Kartoffeln und der nimmt auf einmal den Fisch raus. Ne, okay, das war jetzt Blödsinn. Also der Fisch und Kartoffeln muss auf meine Seite nur. Ja, ja, das sage ich ja die ganze Zeit. Ja, und du musst dann gucken, dass du die Suppe wieder machst. Ja, das mache ich die ganze Zeit weiter. Ja, weiter. Und das musst du machen. Einfach nur. Ja, einfach ist es ja offensichtlich nicht. Sonst hätten wir es ja geschafft. Ne. Achso, muss ich nochmal drücken? Oh. Ist das eine Kacke, ehrlich. Kartoffeln, Fisch. Och Mann, ey. Du musst den Fisch auch da... Ja, er nimmt es ja nicht an. Er macht die nicht auf den scheiß Teller oder so drauf. Wieso denn jetzt nochmal Fisch? Wollt ihr mich verarschen? Ja, du hast ja gar keinen Fisch gemacht. Ne, warum auch? Ich bin ja auch auf deiner Seite. Okay. So. Ey, jetzt kommt nur noch für dich, oder was? Wollen die mich veräppeln? Ich komme nicht mehr an die Kartoffel dran da hinten. Ich habe keine Teller. Nein, warte mal. Ey, die kommen irgendwann rechts raus. Jetzt soll ich Zwiebeln machen. Euer Ernst jetzt? Komm schon. Nein! Ich brauche Zwiebeln. Nein! Boah. Nein. Nein. Ich brauche gleich neue Teller. Ich habe nicht vorbei. Es ist Zeit. Jetzt brauche ich Champignons. Scheiße, ich brauche euch. Der Fisch wackelt schon. Den kriege ich nicht fertig. Ui. Da? Nein. Ob das war jetzt die Fischlieferung? Nein, jetzt ist er weg. Mann, was ist das? Mann, was ist das? Ich kriege die Teller nicht. Nein, nimm das jetzt. Ich brauche wieder Champignons. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Ja, nimm! Mann! Wehe, der zieht mir jetzt hier wieder irgendwas Falsches raus, ne? Das Problem ist, wenn du da nur einen einzigen kleinen Fehler machst, das ist alles für den Arsch. Zwiebeln brauche ich als nächstes, okay? Oh, tu das da rein! Ach so, der hat sie nicht gemacht, ich glaube es nicht. Nein, ich habe ein Falsches geliefert. Ach, ich bin auf der... Ja, und das war's. Ich hab's verkackt. Ich bin mit bei dir. Aber wir sind eh fertig damit. Da hinten steht noch ein fertiges Ding und ich konnte nicht mehr nehmen, weil ich kein Falsches geliefert hatte. Ein Stern! Ich hab dich noch nie so sehr bei einem Stern gewonnen. Zwei Punkte. Zwei Punkte von den zweiten. Hätten mir den eigentlich nicht verkackt, jetzt gerade. Ja, aber wir haben es geschafft. Ich meine, oh, man soll es nicht übertreiben, ich würde sagen, dass wir hier jetzt wirklich aufhören. Oh Gott. Oh Gott, wir gucken uns schnell an, was das nächste ist. Was ist denn das? Ja, ihr könnt mich jetzt mal, ne, also 3-3 ist jetzt schon, ist schon okay. Machen wir hier erstmal ein Klass. Oh Gott. Irgendwie. Ah. Ah. Was? Wie, was muss ich machen? Wer ist denn jetzt von euch wer und warum bin ich nicht? Also ich bin der Rote. Ich bin der Rote. Boah, das leckt so aus dem Kass. Aber das leckt übelst. Das geht nicht. Übelst. Jetzt geht's gerade wieder. Was, wie, was, wo, wie? Tomaten? Tomaten? Ich glaube, wir müssen echt in zwei. Ne, Fisch und Kartoffeln brauchen. Okay. Ich hab doch keine Ahnung, wie hier was funktioniert, ey. Enter. X-Pace. Shift. Davor stehen, Shift, dann kannst du was rausnehmen. Und wenn du Steuern drückst, kannst du es auf den Tellern bearbeiten. Ne, es ist auf den Tellern, mit den Messern. Boah, das leckt übelst, Alter. Übelst, also bei mir hängt's total. Also jetzt hängt's gerade, ja. Eingeproren. Das geht nicht, weil, ich denke mal, wegen dem Remote Play. Der überträgt das ja jetzt einmal zu mir rüber und einmal zu dir da vorne. Und, ähm, das funktioniert nicht. Also ich glaub nicht, das geht. Glaub mir auch nicht. Aber ich hab' ein super scharfes Bild, also macht ruhig weiter. Das ist super, warte mal. Warte mal. Äh, äh, blau, Space drücken. Genau, rot hat es mal, rot, nee, rot aufnehmen. Nach zwei nach oben, rechts aufnehmen. Nein, du gehst zu weit. Geh ernst runter. Ich drück das Spiel nicht. Ich sag, du geh ehrlich nach oben. Space drücken, blau. Ah, Space. Ich muss erst mal überlegen, wo Space ist. Äh, mit der Tür? Nee. Ah, nee. Ach, nee, ich muss rüber. Nee, die muss verhacken. Nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Und dann rechts zu den Messern rüber. Zu den Messern rüber. Ach, ich muss die erst mal schneiden. Ihr habt noch zwei Minuten Zeit, keine Panik. Ihr könnt vielleicht noch eine Bestellung... Aber wo ist die drücken? Äh, äh. Ah, ich muss stricken, steuern. Okay. So als Pommes machen und nicht alles in die Luft jagen, ja? Ich hab dir perfekt... Ja, ich geh mal weg. Nein, nein, nicht die Tomaten. Warte, was muss ich machen? Kochen. Nein, nicht die Tomaten zu den Kartoffeln. Doch, es gibt jetzt Tomatenkartoffeln. Die Tomaten brauchst du links auf dem anderen. Ich lief aber den Fisch aus. Ja, aber da fehlt die Kartoffel, oder? Ja, ihr habt eins geschafft. Ihr könnt nicht viel sehen, aber ihr habt eins geschafft. Ich seh nicht grad viel. Es hängt schon wieder. So, blau bleibt einfach stehen. Rot, hol Fisch und Kartoffeln. Rot hatte grad Mülleimer entdeckt. Ja, jetzt fahr ich rüber. Blau nach unten, genau. In die, äh, äh, Kochtöpfe rein. In den Kochtopf. Welche, welche Passe? Okay. Tomate? Nochmal Tomate. Nochmal Rot. Tomate? Ah, schneiden? Ne, äh, ja, doch. Eb? Was heißt die Eb? Äh, blau war jetzt der Lars, oder? Ne, ich bin rot. Ich bin rot. Äh, meine ich ja. Achtung, der Kochtopf, der Kochtopf, der explodiert vielleicht. Ich seh, er leckt. Er ist schon eine Flamme aufgegangen. Es leckt total. Ich seh gar nichts mehr. Ich auch nicht. Es hängt einfach. Bei mir ist immer noch dieses rote Dreieck. Ja. Alter. Ich höre aber noch Geräusche, wo es irgendwie am Fackeln ist gerade. Ja, ich glaube, ich verbrenne gerade. Aber alles, alles brennt. Ich mit Tomate am Spieß, lecker. Also du könntest jetzt nach oben flüchten. Der Wagen ist aktuell da. Es kümmert sich da nur keiner darum, dass es links am Brennen ist. Ähm. Ich seh ja gar nichts mehr. Ich bin immer noch... Aber wir sehen das nicht. Ne, genau. Ja, das stimmt, weil der Lars ist gerade gestorben. Ja. Ich seh auch nichts. Also Lars steht für mich immer noch am Herz. Blau runter. Geht nicht. Geht ja nicht. Da bist du sicher. Es sei denn, du tust irgendwas in die Fritteuse. Dann geht da wieder das Feuer an. Ich mach mal ein Screenshot. Das sieht so köstlich aus gerade. Ja, und dann posten. Ja, wir facken einfach. Ach ja, da bin ich wieder. Wo ist der Feuerlöscher? Ne, also... Der ist hinten in der Ecke. Wo ist der? Ganz ehrlich, das brauchen wir nicht posten. Ich hab ja gerade so eine Testaufnahme gemacht. Die nehmen wir einfach. Keiner sieht irgendwas. Ich bin nicht im Spiel drin, obwohl ich Remote Play mit euch mache. Aber ihr habt eine ganze Bestellung ausgeliefert, auch wenn ihr nicht sehen könnt. Yay! Also ich weiß jetzt, warum sie den Online-Modus gemacht haben. Den eigenen. Das ist ja der größte Scheiß auf der Welt. Ja. Alter. Bei einer Zwei geht's teilweise. Ja klar, wenn der eine trostet und der andere spielt nur mit, dann geht es vielleicht. Aber dass das so extrem ist, wenn man mit drei Leuten macht. Wobei ich ja noch nicht mehr dabei war. Ich durfte ja nicht mitspielen. Nee. Ja. Sehr gut. Ey. Vielen Dank.